Musik Sagt der 27. Februar Das ist Lockheed. Das ist Lockheed. Der Recher 12. Wollt ihr heute Morgen das Video von gestern? Wollt ihr wieder Recher? Wollt ihr? Wollt ihr? Tag, heute ist Samstag, der 27. Februar 2016. Das ist Vlog Nummer 199. Und ich muss mich ran halten. Denn ich habe 12 Uhr Dienst heute. Und das Video von gestern habe ich natürlich wieder nicht fertig bekommen. Ja, also beeilen jetzt. Ich muss das Video eigentlich kurz halten für heute, oder? Horst auf. Oh, wollt! Ich denke, ich muss das Video heute Abend, also das Video von heute, dann auch gleich auf dem Laptop schneiden, falls ich das heute Abend nämlich wieder nicht schaffe, wovon wir eigentlich ausgehen können, dass ich das wenigstens bei meinen Eltern fertig schneiden kann und veröffentlichen kann, sonst fehlt ja irgendwie ein Blog, da muss ich heute Abend dran denken. Boah, ich bin richtig, das wird eng, ich bin nicht spät dran, es wird eng, es wird sehr eng, manchmal schon ein trockener läuft noch, das müsste noch fertig werden, bevor ich gleich los muss. Das Video ist gerade am verarbeiten, also schon, ist gleich fertig, noch zwei Minuten, dann ist es auf YouTube, dann muss ich noch schnell den Blogpost vorbereiten, Teaser für Facebook, Video-Teaser schaffe ich wohl leider nicht mehr, schade, dann muss das mit Text funktionieren, aber ich glaube, die Überschrift zieht, weil, naja, ich finde, das Vlog ist auch sehr gut geworden, allerdings wäre es mit anderem Inhalt schöner gewesen, naja. Aufbau, ich bin spät dran, ich bin spät dran, ich bin spät dran, sehr spät dran, hier nicht, da muss ich so küsieren, ich bin spät dran, Scheiße. Jo-jo. Gut, sieht aus. So, das, das, das. Beautiful. Nicht nur, dass ich spät dran bin, weil in dem Wetter ist es richtig für unterwegs Das war ja nur ein Tag, nicht ganz so schlimm wie erwartet, aber schön auch nicht Heute ist sehr, sehr wenig im Vlog passiert, das lag daran, dass ich heute 12 Uhr Schicht hatte Und knapp dran war, den Vlog noch veröffentlicht musste, erst noch fertig schneiden musste Und so, bisschen doof, jetzt hat nichts weiter zu erzählen eigentlich Aber ich beende mal noch nicht, gehe erst duschen und so, vielleicht fällt mir auch ein Gussladen für morgen, jetzt mache ich mir nur einen Kaffee Und ich habe jetzt so lange rumgereiert, aber eigentlich fallen es mir trotzdem nichts mehr Glaube, ich habe nicht sehr viel aufgenommen heute vormittag, der ist aber gar nicht so schlimm Wie ich finde, also für mich jetzt, weil habe ich die Chance, das Video jetzt noch fertig zu bekommen Und alles soweit vorzubereiten, dass ich morgen ganz muss und in Ruhe morgen früh losfahren kann Ohne, dass ich mich um irgendwas noch kümmern muss, was das Vlog betrifft Und mich dann voll auf die 200 konzentrieren kann Naja, mal schauen, also Ich sage an dieser Stelle Tschüss Nein, wir verabschieden uns vernünftig, wie sich das gehört Meine Lust hält sich in Grenzen Aber nur noch morgen und den Rest von heute Sonntag habe ich frei, Montag hoffentlich auch Folge 200 steht an, durchhalten Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit Wie immer sehen wir uns dann morgen beim nächsten Video Und morgen dann bei der Folge 200 Also dann, bis morgen, Tschüss